Hallo, ich bin Max Bierhals und so sah ich vor zwei Jahren aus. Sportlich und unzufrieden. Doch dann habe ich mich entschieden, mein Leben zu verändern. Und so sehe ich heute aus. Du willst das auch? Mit meiner Bier-Academy kannst du deine Ziele erreichen. Die Bier-Academy bietet unter anderem Trichtersaufen ohne Kotzen. Auf geht's, kommt rein noch! Komm Simone, nicht aufgeben! Zwei, komm, zieh, zieh! Und ein individuell auf dich zugeschnittenes Saufdauertraining. Zieh, 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 hau es hier rein, Juni! Echsen auf leerem Magen. Schulz! 100 Meter saufen. Fehlschaden, das war scheiße. Ich kann nicht Dritter werden. Und Dosenstechen für Amateure. So Leute, hier eine Dose, eine Schere. Und Fortgeschrittene. Ich nehme dich an die Hand und mache dich an nur einem Wochenende dauerhaft und konstant besoffen. Das Ganze für einmalige 700 Euro. Plus Flaschenpfand. Beginne jetzt das Leben, das du dir schon immer gewünscht hast. Imakeyoutipsy.com Die Bier-Academy. Und dafür stehe ich mit meinem Namen. Hauptsache. Ich habe 넣en lassen. Ich bin's Grieska. Diese красster uneven, die CO2-Mask振 Cannabis, der Lba ist zu einem, aber wunderbar, glaube ich noch nie. Und das Cas ist prepared. Vielen Dank.